Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Tutorial in unserer Reihe über DaVinci Resolve. Letztes Mal haben wir eine kleine Animation gemacht, das heißt eigentlich nur, wir haben ein Bild über ein anderes Bild bewegt. Und da habe ich euch gezeigt, wie das mit den Keys funktioniert, mit den Keyframes. Das Ergebnis von dem letzten Video war eigentlich ein Greenscreen-Effekt, das heißt wir haben ein Raumschiff von rechts oben nach links unten über den Bildschirm fliegen lassen. Und da möchte ich jetzt anknüpfen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, dann wisst ihr auch, wie man sowas erzeugen kann. Ansonsten geht es heute um den Chroma-Key-Effekt und deswegen habe ich das im letzten Video alles mal grün gehalten. Gut, starten wir DaVinci Resolve 15, die kostenlose Version. Und hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Hier bin ich in meinem Media Pool, ich habe hier vier Dateien. Das hier ist die Datei vom letzten Tutorial, das war hier die Datei-Fighter. Kann ich auch nochmal kurz abspielen. Da sehen wir eigentlich ein Bild, was sich über einen grünen Hintergrund bewegt. Das Bild selber hat auch einen kleinen grünen Hintergrund, deswegen sieht man das nicht. Es dreht sich noch dabei und ändert die Skalierung. Das haben wir mit Keyframes gemacht. Und heute möchte ich diese Animation über ein Hintergrundbild legen. Und zwar dieses hier. Das ist dieser Planet. Dieses Bild habe ich wieder von Pixabay heruntergeladen. Das ist also alles legal. Die Animation haben wir ja selber gemacht. Auch kein Thema. Hier habe ich noch ein bisschen Sound. Zwei Sounddatei. Ich hatte also hier eine Sounddatei, da etwas Musik, um das ein bisschen aufzuhübschen oder dramatischer zu machen. Wenn der Sound nicht stimmt, dann könnt ihr euer Video eigentlich vergessen. Gut, gehen wir in den Edit-Bereich hier unten. Und da haben wir schon unser Tie Fighter-Video oder unseren Tie Fighter-Clip in MPEG-4. Und ich möchte jetzt erstmal mir dieses Bild, mein JPEG-Bild von diesem Planeten reinziehen. Das ziehe ich jetzt einfach hier unten rein. Hier entsteht sofort eine Videospur, Videospur 1, V1. Und darüber ziehen wir unsere Animation vom letzten Mal. Die hat jetzt auch noch Audiospuren. Die brauchen wir aber nicht. Denn da ist sowieso nichts drin. Delete Selected. Und die hier auch. Delete Selected. So, spielen wir das mal ab. Mal gucken, was passiert. Man sieht die untere Videospur nicht. Der Hintergrund ist nicht sichtbar. Und da fliegt einfach mal die Datei weiter vorbei. So, das geht eigentlich auch nur bis hier hin. Das heißt, ich könnte an der Stelle mein Videoclip verkürzen. So, da ist er. Und jetzt möchte ich aber den Hintergrund durchscheinen lassen. Das heißt, ich muss hier diese grüne Farbe transparent machen. Dazu gehe ich hier ins Color Grading. Jetzt habe ich hier so Notes. Und was das ist, das werde ich euch auch noch mal in einem anderen Video erklären. Ich habe hier meine normalen Wheels, also Color Wheels, um die Farbe zu ändern. Aber auch das haben wir schon mal in einem kleinen Video gemacht. Geben wir aber auch noch mal viel intensiver drauf ein. Das ist wirklich auch ein ganz wichtiger und interessanter Bereich. Ich möchte hier allerdings jetzt diesen Chroma Key Effekt anwenden. So, die Notes. Dann nur noch mal so viel zu. Ich werde jetzt auf Alt S drücken und da einen Serial Node erstellen. Solltet ihr immer tun. Hat in diesem Video eigentlich keinen großen Sinn. Aber ihr macht hier noch mal einen zweiten Knotenpunkt, den ihr bearbeiten könnt. Und wenn das alles nicht geklappt hat, könnt ihr den löschen. Und wieder einen neuen Knotenpunkt setzen. Und hier unten könnt ihr den auch ein- und ausblenden. Dann werden wir hier diese Pipette nehmen. Und den Farbbereich hier auswählen. Ich gehe jetzt auf 3D. Und jetzt ziehe ich hier einen kleinen Strich. Und jetzt habe ich diesen Farbton ausgewählt. Der wird jetzt hier unten angezeigt. Der D-Spill, der ist auch immer super. Und zwar ist das eigentlich für diese Ränder. Kann ich euch aber gleich auch noch mal zeigen. Schieben wir das Ganze mal vor, dass man auch wirklich das Raumschiff sieht. So, da fängt er an. Und ich möchte jetzt hier noch so einen Hintergrund haben. Erstmal werde ich jetzt aber diesen Filter, diese Maske, die ich hier habe, anwenden. Dazu gehe ich jetzt hier wirklich auch wieder auf Key. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Keyframe zu tun. Und hier habe ich so eine Maske erstellt. Also das Schwarze möchte ich sehen. Das Weiße soll transparent sein. Hier in der Node sehen wir aber gar keinen Unterschied. Und damit das wirklich aktiv wird, schalte ich jetzt hier mal im Qualifier um. Jetzt sehen wir das Weiße. Ihr seht, hier ist so ein kleiner schwarzer Klecks. Als Ausgang müssen wir hier noch einen zweiten hinzufügen. Und zwar einen Alpha-Kanal. Das kennt ihr vielleicht von Zeichenprogrammen wie GIMP. Das ist so ein transparenter Kanal. Und jetzt drücke ich die rechte Maustaste und gehe hier auf Add Alpha Output. Dann haben wir den zweiten Ausgang. Das Quadrat und den Kreis verbinde ich. Und jetzt ist das schon eigentlich fertig. Wir haben hier unser Hintergrundbild und da haben wir unsere Animation. Das heißt, ich kann die jetzt hier drüber laufen lassen. Man sieht hier vielleicht noch so ein paar grüne Ränder. Das hat man oft, wenn man Haare oder sowas freischneiden möchte. Geht nicht so gut. Da gibt es eigentlich noch einen schönen Effekt. Der nennt sich D-Spill. Den klicke ich jetzt auch mal an und dann wird das hier sauberer gezeichnet. Man kann auch noch hiermit arbeiten, indem man bestimmte Übergänge definiert. Das machen wir vielleicht nochmal im anderen Video. So, zurück in den Editor. Und starten wir das Ganze nochmal. Also wir haben hier wirklich unseren TIE Fighter über den Planeten fliegen. Jetzt versehe ich das nochmal ein bisschen mit Musik. Vielleicht erstmal einen Sound. Für den TIE Fighter. Drücken wir mal auf Play. So, den Sound können wir ein bisschen stärker machen, damit man das auch ein bisschen besser hört. Da klicke ich hier drauf und dann habe ich diesen Doppelfeil und kann das noch ein bisschen hochziehen. Da brauchen wir kein Fairlight für. Das kann man einfach im Editor machen. So. Und jetzt sollte das eigentlich auch relativ synchron werden. Ich ziehe das hier vorne mal zusammen. Da habe ich den Ton, der beginnt. Und hier klingt er langsam aus. Dann schieben wir das hier ein bisschen drunter. Drücken wir nochmal auf Play. Ja, passt doch schon. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen Hintergrundmusik. Die ziehe ich mir hier eine Audiospur noch tiefer rein. Lass sie jetzt mal vorne anfangen. Also nochmal Play. Auch die kann ich ein bisschen lauter machen. Und dann schieben wir das hier. Ihr solltet hier nicht zu hoch gehen, sonst wird das übersteuert. Okay. Jetzt haben wir nur ein Tie Fighter und das ist hier auch schon zu Ende. Und deswegen werde ich jetzt hier nochmal eine Videospur erstellen. Indem ich nochmal diesen Tie Fighter hier reinziehe. Und zwar hier drüber. Wobei, da fällt mir ein, einfacher ist es, wir haben ja hier schon ein Chroma Key drauf. Indem ich das Ding kopiere. Also auswählen, STRG und C oder rechte Maustaste und Copy. Da haben wir auch CTRL C, STRG C in deutschen. Da müssen wir mal gucken. Ich setze ihn lieber erstmal hier hinter. STRG V, so. Und dann ziehen wir das hier hoch. Nicht, dass da was überschrieben wird. Und jetzt haben wir nicht nur einen, sondern schon zwei. Ja, jetzt können wir das beliebig fortsetzen. Und jetzt könnten wir es nochmal so machen. Das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig. Die sind ja alle gleich. Wir machen noch einen weiteren Tie Fighter, den wir jetzt aber nochmal von den Einstellungen verändern. Also nochmal STRG C, damit ich hier den hier kopiert habe. Setze den hier hin. STRG V. Und jetzt werde ich hier diesen Clip auswählen und gehe hier nochmal in den Inspektor. Der Hintergrund ist jetzt zu kurz, also ziehen wir den hier wieder drüber. Und jetzt werde ich diesen Tie Fighter nochmal ein bisschen bearbeiten. Ich könnte ihn zum Beispiel etwas größer machen. Oder ich könnte auch die Y-Position etwas verändern. Tiefer oder höher. Und was ich auch machen könnte, ich kann das Ganze flippen. Das heißt, ich spiegle das. Jetzt fliegt der in die andere Richtung. Jetzt kommt der von da oben und fliegt in die Richtung. Holen wir uns noch einen Ton dazu. Auch nochmal STRG C. Und hier nochmal STRG V. Damit das hier übereinstimmt, ziehe ich das hier auch nochmal rüber. Und Play. Und das kann man natürlich jetzt noch eine Weile fortsetzen. Man kann hier auch ganze Gruppen kopieren. Nehmen wir das nochmal. STRG V. Nein, STRG Z. Und diesen ganzen Block, den werde ich jetzt nochmal kopieren. STRG C. Und setze den hier nochmal rein. STRG V. Da könnt ihr euch natürlich auslassen, solange ihr wollt. So, das kann man natürlich jetzt lange fortsetzen und viel mitspielen. Aber ihr seht, ich habe eigentlich nur zwei Bilder mit grünem Hintergrund, um die Animation, die TIE Fighter Animation zu erstellen, dieser MPEG-4. Und dann nochmal ein Bild für den Hintergrund, also fürs All. Um das ein bisschen aufzupeppen, habe ich jetzt nochmal einen Sound und eine Musikspur hinterlegt. Ja, und jetzt bräuchten wir das Ganze nur nochmal im Deliver auf YouTube zu exportieren. Also hier den Pfeilnamen eingeben, hier die Location auswählen, über Browse. Hier vielleicht ein MPEG-4-Format reinsetzen. Dann das Ganze hier zufügen. Machen wir nochmal eine bestimmte Quelle. So, und dann auf Add to Render Queue. Und hier können wir dann mit unserer Animation starten. Und jetzt fängt er an, das Ganze zu rendern. Und er schreibt mir das jetzt hier irgendwo in diesem Videobereich rein. Das war's dann für heute. Abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und über einen Daumen hoch würde ich mich auch immer freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.